Und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Portal Knights. Ja, damit würde ich sagen, will ich mal eben die Steuerung ein bisschen ändern, weil dieses, dass meine Aufnahmetaste die ganze Zeit dieses Ding hier untriggert, ist natürlich ein bisschen ekelhaft. Da ist es Omojis. Keine Ahnung, gehen wir mal auf diesen Button. Ne, vielleicht auf den, da können wir es machen. Super. Ich weiß nicht, springen. Sollte wohl so alles passen. Alles klar. Ich weiß nicht, was das hier für Blöcke sind. Was sind das denn? Wir kriegen sie nicht abgebaut. Okay. Oder wir kriegen sie nicht abgebaut, weil die Tastatur sich jetzt umgestellt hat. Das wäre natürlich ein bisschen mies. Gegenstand verwenden, gegenstand verwenden, zack. So. Wir kriegen es nicht hin, weil es nicht mehr drin war. Was ist das hier für ein... Das ist ein Ruinensteinblock. Okay. Was uninteressantes für uns. Ich suche aber das Portal. Ohne auf. Plaudern. Ich möchte eine Probe annehmen. Annehmen. Ja. Krieg ich ein P, Gold. Ah geil. Und quasi abschließend. Nice. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg heißt für uns... Heißt es doch eigentlich... Da. Attributpunkte. Und Talente. Stefft zu denen erhöht den Schaden. Schaden mit Zinsen. Schaden mit Zauberstäben. Das. Drei Attributpunkte Gewissenheit. Wirkt... Ich habe nicht geschafft... Wirkt sich auf die Kraft deiner magischen Angriffe aus. Ich verteile einen da drauf. Einen da drauf. Einen da drauf. Na komm. Nein. Wir wollen da noch ein bisschen. Ich sehe das nicht. Ich will mal gucken, ob ich gegen die ankomme. Ja. 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 Ich schaue das nicht. Die scheinen gar kein Problem zu sein. Nice. Okay. Holzscheite. Oh. Meine Sensenmannfreund. Ich hab das Portal gefunden. Da ist es. Wir brauchen geschweige denn 6, 8 Steine oder so'n Scheiß. Findet das richtig? finken fort, wir kommen ins nächste Abenteuer, 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 ich muss auf früh schauen, ich muss mich morgen früh, okay, da muss ich mal so ein bisschen Time jetzt über den Tag, dass das hier auch absolut ein bisschen klappt, also Potteln hat sie jetzt vielleicht ein, zwei, alle zwei Tage, alle drei Tage rauskommen erst mal, ich versuche aber möglichst früh eine Folge rausnehmen, das heißt wir haben jetzt gerade mal den 29. Samstag, Trinkwasser, warum, oh. Oh, das ist schön, kann ich zurück, die Sache mit dem ich gebaut habe, das würde ich gerne machen, kann ich die haben, also ich würde hier als Heimat festlegen, aber ich würde hier in der Reise nochmal, die kleinen Noten mitzunehmen, ist doch besser, also das sozusagen als Farben, dass man die nicht umbenennen kann, weil dann würde ich nämlich ein bisschen so offline Farben gehen, etc., und dann halt was in der Aufnahme so, dass man schmelzen kann, ein bisschen craften kann, also wie immer, würde ich mal sagen, dass man nicht so was Wildes macht, okay, ah, dich kriege ich aber wieder, dich kriege ich auch so wieder, gut, der wollte jetzt mein ganzes Kupfer haben, der Sack, na egal, das macht nichts, wir können uns irgendwann was Neues holen, die können wir nicht so, ich gucke gerade, ob wir irgendwann mal Kupferärzt finden oder so, also relativ schnell sehbar, nehmen wir nämlich noch was mit, Kupferärzt, ja, also einiges, jawohl, und ich werde jetzt auf jeden Fall die Questen annehmen, wenn irgendwelche Questen da sind, wenn ich gemerkt habe, da kriegt man noch extrem viel Erfahrungspunkte, ah, ne, ich habe hier aber gar keinen Bock, und diesmal stirbst du, diesmal habe ich den kleinen Vorteil, mein Gott, Höhle, alter Verritter, plaudern, äh, plaudern, ich finde die ja voll geil gemacht, reiche, reiche, zack, plopp, das hat dich lustig gemacht, die Schienenkammer anscheinend, ah, ist das Kohle, ne, oder auch Kohle, nett, nett, Bräutelchen, ne Kiste, ne Kiste, Schoral, Trankschrift, Dolle der Heilung, Schuppen, Irgendwas brauche ich, ne Schuppe, für irgendwas war ne Schuppe da, naja, wir haben schon mal ein Holzkohle, das ist schon mal ganz gut, dann können wir uns nicht mehr was brennen, zack, das ist schon mal geil gemacht, der Arme Mann, der ist immer noch am Kloppen, oh, der kommt auch nicht weg, ja, tschüss, das ist jetzt so ne Art Brunnen oder was, ja, Wasserbrunnen, okay, da kann ich den Block hier schön ruhig verdämmeln dafür, da unten war ich noch nicht drinnen, okay, ich dachte, du gibst schon ein bisschen mehr Informationen, tschüss, und und bam Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, weil ich hätte hier gern auch noch ne Kiste, oh, nice, Levelaufstieg, was ist das weird, so in dieser First Person zu spielen, weil man es ja sehr gewohnt ist dann, Levelaufstieg, Levelaufstieg ist am wichtigsten für uns, 3 Punkte, 3 Punkte, ich geh auf, hier heißt, mit deinem Mana Punkt, und zwar hier eine auch für Wirklichkeit, wir haben Talente, aber noch gar keine, okay, aber ne Truhe sehe ich für uns, perfekt, Schuppen, Kupfererz, perfekt, das ist was wir brauchen, aber Kohle habe ich noch nicht gesehen, ich habe eine bekommen, aber gesehen habe ich sie jetzt noch nicht direkt, das ist ja, Kupfer, Beutel, Schleifstein, was kann man denn mit einem Schleifstein machen, Wo habe ich denn so viele davon? Da, Werkzeug. Probieren. Kann man es kombinieren? Kann man hier sagen, okay, eher auf 6 ist es? Alles klar. Gut. Hat sie die Frage übrig, ne, würde ich sagen, für was wir die Schleifsteine brauchen haben? Das heißt, wir brauchen nur so ein Werkzeug, wenn wir nur die Schleifsteine nutzen. Okay. Nett gemacht. Das ist das Portal, da wollen wir jetzt auch erstmal raus. Aua, geh weg. Hau mich nischt. Ist das Willen? Ist das Willen? Aua, geh weg. Trinkwasser. Aktives Ergebnis. Noch 5 Stunden. Finde die Quelle und hol dir den Schatz von ihrem Grund. Das ist natürlich, äh, Knorke, was sie von mir wollen. Also was wir jetzt, wenn wir das machen, ist mal hier ein... Erstmal ein bisschen häuslich einrichten. Fix. Das. Den Ofen können wir vielleicht nach draußen stellen. So. 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 Woh! So. Da müssen wir eigentlich alles, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, hier den ganzen Scheiß, der uns alles zumüllt, da reinpacken oder nicht. Alles aber unständlich. Knochenbaumwolle. Hier, Steine brauchen wir mal, Ablog, Sandblog, ja vielleicht das hier auch noch rein. Ach, die ist voll, okay dann behalte ich sie. Schleifstein, Fackel, ja Wasser bräuchte ich Bären für. Portalsteine. So. Dann tun wir erstmal eine da hin. Und eine da hinten ist an die Werkbank. Werkzeug. Jetzt hätten wir nicht bei uns Inventar eine Steinschwitzöcke, aber eine Kofferschwitzöcke ist besser. Weh. Plop. Klop! 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 Ich finde die neue Quelle. Oh, wow. Ich habe einen Top-Bee. Tschüss. aber damit würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal bei portal als wenn wir die ruine oder was hier das noch erkunden ich weiß nicht was sie weiter geht vielleicht kann das war bei der folge deswegen würde ich sagen lasst euch überraschen was beim nächsten mal passiert bis dahin euer flechtetor und tschüss